Hi Leute und willkommen zurück zu Honkai Starrail. Wir sprechen mit der nächsten Alchemistin über dieses mysteriöse Rezept, das uns unsterblich machen soll. Ich habe eine Verschrift, die du möchtest, mich zu unterschreiben. Danke. Hm. Eine Verschrift und gefährliche Verschrift. Aber ich glaube, dass ich die Pharmacologie verstehe. Es betrifft die Kraft von Longsion zu erreichen, um die Macht der ... Ascension zu erreichen. Die Spezifiken, aber, brauchen weitere Anfänger. Das dauert ein bisschen Zeit. Ich könnte auf Videodera-Bohnmarre und die Preskription selbst testen. Könnte ich ... Ihr Kontaktdetails mit mir lassen. Wenn ich ... Die nächste, die meine Nummer haben will ... Oh meine Güte. Okay. Wir müssen leveln. Beziehungsweise, wir müssen dann die Balance-Quest jetzt machen, damit wir weiter leveln dürfen. Muss das sein. Ich will nicht, dass alles schwerer wird. Balance-Prüfung 2. Dann muss ich danach alles mögliche an XP-Zeug farmen und alle Charaktere auf 50 machen. und alle Waffen auf 50 machen. Skills hoch machen. Es sei denn, der Kampf ist aus irgendeinem Grund sehr einfach. Ich glaube aber nicht. Die sind noch unter meinem Level. Okay. Die Beine sind vor. Die Beine sind vor. Wir sind in Probleme jetzt. A thousand wonders to raise your spirit Gelöscht 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 Okay Gelöscht Ich nehme an das war das leichte wo ich fast tot bin Ja Warum dauert das klicken so lange Ähm hab ich was was die Punkte macht Technikpunkte Wann a spar? Cool it! Enemies ahead! Up for a scrap? Ja Hab ich gesagt Ja 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 Fünf Technikpunkte die eh nie voll sind Wann a spar? Es sei denn du gehst erst in eine andere Welt Füllst die auf und kommst dann wieder Juhu Ja 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 Okay da kriegt man das Ja 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 Vielen Ja Ja da muss man auch die ganzen orte wieder suchen brise toll aber man kann jetzt auch höhere materialien vorher hatten wir nur stufe 2 material jetzt können wir stufe 3 machen was wir sogar müssen okay heißt jetzt schauen okay wir wollen davon wissen was haben kann auch irgendwo kaufen ich verstehe drei davon kann man unten offen sehen da kann man unten bei herd auf dem ding farmen ok machen wir das jetzt das umtauschen einfach nur ja das ist einfach nur umtauschen okay ja dann muss ich das für den durchbruch für die ganzen charakter farmen ich will das aber nicht jetzt machen ich habe zwar die ganze zeit darauf gewartet dass wieder irgendwie so ein olles cap kommt aber nicht dass ich vier level machen muss beziehungsweise drei okay dann was hast du hier noch so viel quest einfach nur so für ein bisschen stuff okay dann werde ich mich mal dran machen ganzen nebenquests und stuff zu farmen habe ich genug bis ich 34 erreicht habe und dann sehen wir uns hier wieder okay ich bin wieder zurück fläser stufe 34 bisschen nebenquests gemacht praktisch alles was man so im telefon hat und dabei auch noch mal gut stella jade bekommen das heißt wir können hier auch noch ein bisschen für sehen ist dafür pullen ich bin noch wenigstens forster waffen ne gönnt nicht das spiel okay ich habe noch ein paar standard warps wird hier aber gern noch einen weiteren dazu holen dann 10 er machen mal gucken ob ich das hinbekomme die hatte ich jetzt eigentlich alle von charaktere leveln meine erste gruppe also alle level 50 jetzt haben zwar keine level 50 waffen oder volle gelevelte relikte aber muss so gehen wir machen mit der story weiter wenn du bereit bist begibt dich zum platz der erhabenen zu haben und heiligtums okay neue freunde bringen neue freunde okay mal schauen oh nee wer jetzt wieder aha jetzt muss ich das selber suchen ja das ist nicht einfach das hier das ist nicht einfach das hier schnell ab ching chue wir werden Fossil nachdem du fertig bist ich habe gehört dass es ein Verzweck in der divination kommission war ich bin überrascht dass du jetzt in der mood zu spielen ching chue Ja. Es ist der Ort in der Bildung, gut. Ist das... ein Spielpark? Welche Probleme können sie vielleicht befehlern? Ha! Ist das Hand ein Problem? Ich habe das Schlimmste Glück. Oh, hallo da! Ich kann sagen, indem du dich bist, dass du die Divination Kommission bist. Ich weiß, ich weiß, ich entschuldige. Ich wollte dich bei der Statuen, aber... Ah! Triplett! Aber die Leute aus der Realmkeeping-Kommission entschuldigt auf die Stadt. Es ist zu laut da jetzt. Pass! Pass! Also habe ich mir gedacht, wäre es besser, zu treffen, irgendwo quieterer? 4 von einem Kind! Und das wäre nicht mehr Spaß, auch? Es wäre besser, zu zeigen dir das reale Sanctum exaltungsvolle und zu erinnern, zu einem wahrsten Sien-Joh-Past-Time. Die Celeste-Jade! Ha ha! Ah! Victory! Ha ha! Ah! Ah! Now that my wish has been fulfilled, there's nothing holding us back. Follow me, honored guests. I must apologize for your long wait, honored guests. It wasn't too long. Seeing your enthusiasm for this Celestial-Jade game has stoked my curiosity. Ah, look! Is that a... It's an ancient tree. We call it the Ambrosial Arbor. It was once the Cien-Joh-Lafu's prized treasure. I didn't know the Sky-Faring Commission were history buffs. Not bad. Younger generations usually don't know much about it. It's said that the Ambrosial Arbor is an ancient remnant from when the Cien-Joh roamed the Aether. From a distance, it looks like half a tree stump. But according to records of the early nation, in its prime, it wound into the heavens and from its celestial bodies hung. Meaning? It means the tree was as tall as the sky and stars hung from its branches. So, how big was it? Bigger than the Express? Bigger than Herta Space Station? No, that can't be right. Stars hung from its branches. Then, how did it fit in the Cien-Joh? Those are metaphors. You shouldn't take poetry so literally. Anyway, it's just a legend. I see this view every day on my way to work. I'm kind of bored of it. Let's go. I don't believe in ghosts. Need your extractor cleaned or your- We're almost there everyone. Stay close. Just a heads up. Please don't go running off once we're inside. What does that mean? As if I would randomly walk around, just because I search something. I don't believe in ghosts. Maybe the master diviner's guest, but she hates people who don't abide by rules and regulations. Oh, and people who ask too many questions, not to mention, please don't push her button. Okay, let's go. Die Gegner... Die Gegner können gern wieder aufstehen. aber es bringt doch nichts wenn die so gleich wieder am Boden liegen okay das wird später auch ein schönes Farbengebiet glaube ich genau wie gesagt diese Puzzle Sachen machen wir erstmal nicht wir gucken uns ein bisschen um hier ja disappear among the sea of butterflies illusions of the past hier hinten noch irgendwas nö hoch kann man nicht andere Seite da ist hier dieses Würfelrätselding ja ja so strange oh let me guess the gate is I don't understand it's never been locked before and no one told me to take hey I know the food here sucks but that's no reason to shut the gate on our are you really from the divination commission don't scare me master diviner wouldn't let anything bad happen there's no need to panic okay this isn't the only entrance into von da komm ich doch gerade here it is here it is here it is here it is oh the steleron corrosion what's going on great this gate won't open either we've kept the master diviner waiting no doubt she'll bling unreliable ching I knew I defended that diviner miss ching chie if you don't mind they are huh oh no let me show you this thing is pretty fun okay um hmm 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 um Ähm... Also er revivet nochmal und ihr beiden nicht. Okay, ähm... So akzeptiere ich das aber nicht. So akzeptiere ich das aber nicht. So akzeptiere ich das. So akzeptiere ich das aber nicht. So ich komme advantage nicht zurück. So bin ich zu faul. Also... Aber noch ein bisschen... Reicht. Okay, das war auch noch mal. Okay, das war auch noch. Okay, das war auch noch. Okay. Da hinten sollen wir hin. Da dürfen wir nicht hin. Und das ist das Tor, was zu war. Jetzt haben wir es aufgemacht. Gut, dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Ich nehme mal an, die Wahrsagerin wollte uns nur so ein bisschen aufhalten, damit sie selber Kafka allein schon mal ein bisschen befragen kann. Alles einsammeln und dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.